Mein Name ist Nebene und ich studiere Soziale Arbeit im fünften Semester jetzt und ich hätte eine Frage an den Herrn Salcher. Und zwar, ob diese Ganztagsschule nicht doch ein Nachteil für die Schüler und Schülerinnen wäre in der Hinsicht, dass sie gezwungen wären, einen Alltag in einem bestimmten System zu verbringen, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollen, im Endeffekt quasi wie ein Gefängnis irgendwo. Also Sie stellen sich das dann unter Umständen auch ein bisschen zart vor, wie man auf Österreichisch sagt, wenn man den ganzen Tag dort sein muss. Ja, dass es aufgezwungen ist im Endeffekt und wenn ich davon ausgehe, dass ich die Lehrer habe wie jetzt, dass ich die quasi noch länger an der Wacke picken habe.